hallo meine lieben damen und herren ich darf euch recht herzlich willkommen zu einer weiteren folge von ghost of tsushima was ist los steht auf und verbeugt euch ihr pfeifenreiniger so in der heutigen folge werden wir uns mal daran begeben was die geschichte von mosoku wieder hergibt dafür werde ich dorthin schnelle reisen katze was ist dein vermächtnis jetzt hier zu tun weiß es nicht jetzt ist mir egal solange mich in ruhe lässt und mich nicht nervt tut mir leid dass die folge in letzter zeit so ein bisschen unkonstant kommen hier auf dem kanal ich versuche das wieder in den griff zu kriegen ich glaube ich habe das letzte folge auch schon gesagt mich hatte die oder mich hat die sucht nach first defend descendant ergriffen und es ist einfach so gut es macht mir so viel spaß und ich muss ehrlich gestehen ich muss das mal wieder ausnutzen die letzten jahre ich mich habe ich zocke gerne die spiele hier groß aus china und so die ganzen let's plays mache ich auch wirklich sehr gerne aber das sind alles so spiele da ist ja zockt dann ein zwei stunden und dann ist das erstmal gut weil weil ich ja auch noch schneiden muss und so aber das game das hat mich so gepackt so rein zu grinden und ich muss jetzt ehrlich gesagt einfach mal ein bisschen ehrlich gesagt einfach mal ein bisschen ausnutzen mal wieder so ein game zu haben wo ich einfach stunden investieren kann und einfach mal kopf aus und einfach nur dummes rumballern deswegen verzeiht mir da ich hoffe mit ihm kann mit ihr kann ich nicht reden noch mal mit ihm wie gesagt verzeiht mir ein bisschen wie gesagt ich habe jetzt auch urlaub und deswegen versuche ich dann hier auch wieder mehr aufzunehmen mehr im vorfeld aufzunehmen so dass ich die sucht befriedigen kann aber auch die den youtube kanal lieferdachlässige die dieben Oh, muss die Sonne hier so reinstrahlen. Ich sehe gar nichts mehr. Und mein Kopf juckt. Soka. Masako. Soka. ok schreit sie denn doch wenn ihr auf ihr pferd aufsteigt meine klinge im rücken haben masako wir können auch gas geben finden wir diese leute lieber schnell bevor sie uns entwischen ein so wiat no na wa mai waai no katte nozio da 3年 mal nizumi nogen bah ozai-ralen otto okoらせてな on bini 済ませたかったが i to mal oder se dan sov oku yan de oi de go ayatua haastしかった Okay. Ähm. Gehen wir hier, rechte Seite. Gehen wir hier. Gehen wir hier, rechte Seite. Gehen wir hier, rechte Seite. Gehen wir hier, rechte Seite. Ähm. Siegt die Ironien ohne entdeckt zu werden. Warte. Gehen wir hier. Macht euch keine Sorgen. Deswegen. Werte niemals entdeckt. Gehen wir hier. Verdammt. Hahaha. Ich hätte gehofft, ich kann alle vier gleichzeitig ausschalten. Aber ich kann ja nur drei damit, ne? Unlucky. Okay. Oh, warte mal. Warte mal. Warte mal. Oh. Ähm. Ich wurde nicht entdeckt. Okay, na Moment. Hahaha. Ja gut, dann muss ich jetzt mit den Glocken machen. Den Böllern. Ich hab keine Bölle, oder? Ich hab nur Glocken. Ja. Macht euch mal keine Sorgen, deswegen. Ich bin immer geschützt. Geh mal lieber nachgucken, mein Freund. He, he, he. Die drei kann ich doch alle so ausschalten, oder nicht? Was hast du gesehen, hä? Achso. Ach, ach. Ich bin auch blöd. Ich... Ich darf sie nicht, oder mir... Null. Null. Okay, sorry Leute. War mein Fehler. Ja. Klar, ach ja, die... Ich bin auch... Ich bin auch einfach nur braindead. Doko da? Au. Maaan. Hä? Ich wollte schon sagen, wo ist denn hier die Alaminierung? Alaminierung. Alamierung? Alamierung, ja. Mann, ich wollte den, äh... Wegabstechen, aber dann hat er den... Angegriffen wie ein normaler Bobo. So, ein bisschen anzugehen. Ich verrate du das noch. Höh. Shut the fuck up. So, weg mit dir. Überall sind hier komische Geräusche im Gemisch. Hier, geh ich da nachgucken. Was war das hier in diesem komischen Stein? Höh. Er erzählt eine Geschichte. Ich schaue nach, was hier das Geräusch gemacht hat. Ich war's. Hihi. Ähm. Halluzinationsgift. Genau das brauche ich. Fertig auch gar nicht auf, dass auf einmal alle weg sind. Wo sind denn alle... Das ist so schlimm. Ich erzähl euch eine... Er erzähl euch eine Geschichte. Der Typ tot, sie erzähl keine Geschichte. Das verwundert sie nicht. Ach so, doch, er erzählt sich gerade. Was ist das Listener? Ich bin der Punkt. Ich bin der Punkt, werks auf. Oh, hey, ich bin der Punkt. Er hat sich, dass er sich auf einmal zu haben. Ich bin der Punkt, sich der Geduld vom Senhor auszuhalten. Ich bin der Punkt, der Teil von seiner Kinder zu trinken. Ich hoffe es leckt jetzt nicht zu sehr Die ganze Zeit nur Geld bezahlen bei OBS Ähm Verdammt Du verdammt du verdammten strot ja ich glaube wir wollen nicht als ob der noch lebt besser ist auch bisschen jim mai to話をしたい oma tschiましょう あの人殺しどもに頼まれてはがかほを盗んだのか なぜ私を裏切った いいえ 背を向けたのは Das war die Menschen, die sich geholfen und die Kaffee verletzten. Warum hat er mich nicht so verletzten? Nein, ich habe mich nicht so verletzten. Sie haben mich zu retten. Sie haben mich nicht so verletzten. Ich weiß nicht, ob ich es nicht so verletzten. Ich bin eine Frau von Adachi. Ich kann nicht gehen. Wenn du jetzt bist... Dann sagst du jemanden. Ich bin ein Schicksal. Ich werde mich verletzen. Ich werde dich nicht aufhören. Ich werde mich an den Schrauben. Ich hoffe wirklich, dass es nicht leckt. Ich hoffe, dass es nicht leckt. Vielleicht glaubt ihr das auch nur. Warum ist das so unscharf? Warum ist mein... Ist mein Audio leiser geworden? Irgendwie hab ich das Gefühl. Also, mein Mikrofon vielleicht. Also, ich hoffe nicht. Achso, ich wollte gerade sagen, alles leer, aber hier. 22 Vorräte, tolle Erdrucke. Flöte der Adachi-Familie. Eine alte Bambusflöte mit der Fürstin Masako mit ihren Enkeln, den Wechsel der Jahreszeiten feierte, feierte, pflegte. Der Wechsel der Jahreszeiten feierte? Pflegte? 20 Jahre alt. Was? Ich habe bereits geblieben. Jinn, ich möchte euch, dass... Ich habe keine Gelegenheit für mich. Ich denke, dass meine Freundin ist. Aber ich weiß auch, dass ich meine Frau. Ich verstehe. Ich habe keine Gelegenheit. Das war's für heute. Das war die Dieben Schön hier Oh Guck mal, das lädt einfach ein Das lädt einfach ein Zack Jinso, Bat Auch geil, ne, mit dem Ich würde den Helm ausmachen, oder? Ne, lassen wir an, ruhig, okay Ähm, Tiefenstärfe, Zack Ja, boah, was soll das denn? So, und Zack Guck dir das an, F12 Hier bist du und geht nicht mehr preschen Auch hier, Zack So, für mich Bat Geil So Dann, 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 dann Was ich machen wollte, ist Einmal die Ausdruckzonen wechseln Ich will Nicht die, sondern Dunkler Überlebender, oder? Achso, mit Pfeil und Bogen Und mit Pfeilen im Körper, ja Der makulose Krieger Samurai-Klan Äh, ne Äh, ne Äh, ne Die Geistrüstung, die Geistrüstung, die hatte das schwer Darum guckt, ne Ja Da seh ich mich jetzt, da hab ich Bock drauf Die Geistrüstung mit dem Cape In weiß Nehmen wir das in weiß-pink Aber den Hut tue ich ab Den Hut mit zwei Ecken An die Maske, da tue ich Das Diebestuch rein I like it So, da oben ist die Dann reise ich am besten Von da aus, da hin Weil da muss ich irgendwo hochklettern Ich weiß nicht, wie gut ich da hinkomme Obwohl, oben hier, da ist, äh A Quest, ne Schienste Reise Ich hoffe, der triggert nicht Okay Jetzt hat es noch nicht getriggert Das ist gut Holy goldenes Wetter hier Die Stadt der goldenen Bäume Oder eher gesagt Das Dorf, ne Ist ja Wirkliche Städte gibt's ja nicht Nur so kleine Dörfer Aber auch sehr schön Kleine Dörfer sind manchmal Viel mehr als genug Für heutzutage vielleicht nicht unbedingt Also Wird ich glaube ich nicht unbedingt In so einem kleinen Dorf leben Außer man hat alles da Ne Internet und Äh Ja, Essen und Trinken in der Nähe Vielleicht so ein Supermärkchen und sowas Oder so ein lokalen Aber ja Das wäre schon angenehm Das wäre schon Wirkliche Städte Ja, es ist natürlich Aber Ja, es ist Wirkliche Städte